Das ist ein Podiwerk. Das ist viel geil. Ich habe schon mal so ein Multiplier mit dem Bild gespielt. Die kleinen Karten im YouTube-Kanal. Oh ja. Das dauert so ein bisschen. Ich habe gern gelb ausgewählt, weil dann kriegt man da sechs verschiedene Wartpartien. Bild mit ähm... Ich bin heute rot gegen blau. Ja. Was ist da irgendwer? Zeig, 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 zeig. Zeig, 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 zeig. Jetzt habe ich mit Daddy sogar da. Da habe ich ein Video gemacht. Ich habe mich sogar abgemacht. Und jetzt... Die Kumpel... Spöth. Hallo? Guckst du, wer? Ich mag wieder alles richtig. Aber den wegtu. Der wegtu. Was? Bilder? Oh. Oh. Ich hasse direkt in meinem Leben. Wie funktioniert das? Wo kommst du denn, Digga? Der flitzt nicht so. Das sieht aus wie in einem Krankenhaus ein Gegenstand. Das heißt, du kennst das? Ich bin verbissen eigentlich. Perfekt. Aber sie ist so geholfen. Aber sie ist so geholfen. Ich habe es gewusst. Ja. Aber jetzt ist was anderes. Das ist ja für eine Himmelbrenne. Ja. Da kannst du ja ein Auto hinziehen. Das sieht aus. Das sieht aus. Das kann der Auto hinziehen. Ernsthaft? Ja. Ja. Das ist ein Schottenhut. Ich bin nicht der erste Schottenhut. Das hat mit dir nichts zu tun. Nein, das hat mit dir nichts zu tun. Vorsicht. Das ist ein Schottenhut. Wenn ich das nehme will. Und jetzt stellen wir kurz auf. Okay. Das hat mich für das Kass. Ja komm, nimm es. Ja. Und das hast du Tante Lise gezeigt. Gesagt. 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 Und ja auch. Er weiß ja nicht. Ja. Man denkt. Der Handstand Stütze. Die stützt dich dann. Der Handstand. Dabei ist das ja eine Stütze, dass du Hecher bist. Ja. Schau. Dann muss man so weit mit das kommen. Mit das nicht. Das geht nicht. Jetzt. Ja. Jetzt. Und einfach. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hey, wo bist du denn? Okay. Na man Uhr! Na ja. So. Ich gucke. Jetzt nicht! Jetzt. 'dachst. Guter globally. Ich habe einen Schottkopf hier. ich bin nicht so ein schlichter snapper, aber ich bin nicht so guter. Was ist das? Das war genau in meinem Video. Ich spüre nochmal rum. Ich habe die halt sicher irgendwo... Also die halt so ein bisschen. Ja. Das ist auch noch ein bisschen. Das ist so dicker. Das ist perfekt. Aus dem Druck ist jetzt fair. Ich werfen muss die Aufnahme. Ja. Wie lange nehme ich wohl überhaupt auch. Kürzt 6 Minuten. Ich bin ein bisschen. Bei mir ist das ein bisschen. Wenn ich das nicht so guter. Ich bin ein bisschen.